Moshpet Passion, you know, for the passion of music. Beziehungsweise, ja, ein paar auch offene Fragen so in den Raum darstellen. Aufgepasst, ich habe für euch was und zwar eine Plattenempfehlung von und mit Grey Days. Das ist die Linking Park Vorgängerband von Chester Bennington. Die haben in den 90ern zwei Alben rausgebracht. Die Band ist jetzt hingegangen, hat diese beiden Alben genommen, nochmal komplett neu eingespielt. Die Stimmvocals von Chester auch nochmal komplett überarbeitet. Man hat dann die besten Songs von beiden Alben genommen und auf eine neue Platte gepackt. Da sind auch noch Gäste drauf wie Dave Navarro oder auch Richard Patrick von und mit Filter. Ist das nicht geil? Finde ich persönlich. Ja, das Ganze nennt sich The Phoenix, ist ab sofort draußen als CD, LP und im Stream. Unbedingt anhören und jetzt geht es weiter mit dem Video. Möchte ich mal direkt zum Thema kommen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass Pantera eine Reunion starten. Nächstes Jahr 2023 soll es soweit sein. Die Band kommt auf Tour in Nordamerika und auch Europa. Ich bin mal sehr gespannt und einige werden sich jetzt fragen, hä, wie soll das denn gehen, wenn die Hälfte der Band leider nur mal tot ist. Ja, das ist richtig. Dabei sind natürlich am Gesang Phil Selmo und am Bass der liebe Rex. Und die Band, die wird noch ergänzt an der Gitarre mit Zach Wald. Ja, da muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Sowie N-Tracks-Drummer Charlie Benante oder Benante. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, aber er wird das Schlagzeug übernehmen. Und das sind auch schon die vier Mitstreiter, welche Pantera 2.0, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, Pantera und Friends, wie auch immer, ja, bekleiden. Und da geht es nächstes Jahr auf Tour. Und das Ganze wird natürlich sehr, sehr wild in den Medien diskutiert. Und ja, ich lese einfach mal als allererstes eure Gedanken zu dem Thema vor. Als erstes haben wir hier sowas wie, nö, brauche ich persönlich nicht oder auch, geht gar nicht. Ich finde es gut, aber wenn die Tickets dann 90 Euro kosten, wäre dumm. Zach ist die beste Wahl. Eine Reunion mit Dime und Winnie ist auch schwer umzusetzen, aber richtig und wichtig. Ich erleide den Fluch der späten Geburt. Nun bekomme ich die Chance, sie zu sehen. Absolutes Unding, was Mr. White Power da abzieht. Ich kann mir das eher nur sehr schwer vorstellen. Finde ich schwierig, muss man hören. Der White Power Alki soll bloß wegbleiben. Näh. Egal, mittlerweile wie viele Bands sind unterwegs mit wenigstens 50% originalen Mitgliedern. Nein, nope, fragwürdig. Man hätte es unter einer Tribute-Fahne à la Death to All untermachen sollen. Braucht kein Mensch, bin froh, die damals noch gesehen zu haben. Absolute Sch. Ja, also ihr seht in der Community sehr, sehr zwiegespalten das Ganze. Und so betrachte ich das Thema auch. Also ich sag mal so, meine persönliche Verbindung zu Pantera. Was soll ich dazu sagen? Ich war nie der größte Pantera-Fan. Natürlich habe ich Platten von denen, aber eher wegen Winnie und Dime. Auf den einfachen Grund, ja, die beiden sind Kult. Wenn man sich so die Geschichte ansieht, was die aufgebaut haben. Oder auch gerade Winnie, einer meiner Lieblingsschlagzeuger mit Hellyer. Absoluter Wahnsinn. Oder auch Damage Plan. Ich mag die Damage Plan-Platte über alles. Das ist echt so ein starkes Stück. Und hatte immer meine Probleme mit dem lieben Phil. Warum ist das so? Ja, der hatte in der Vergangenheit die eine oder andere rassistische Äußerung rausgehauen. Wo ich mir dachte so, sorry, ich kann mich damit nicht anfreunden. Obwohl ich natürlich weiß auch, eine Äußerung ist etwas anderes wie eine Einstellung. Nichtsdestotrotz scheint der liebe Phil da irgendwie ein paar Komplexe zu haben. Was das ganze Thema Pantera, auch dieses Redneck, Texas und auch mit der Konfederationsfahne, dieses ganze Thema, was Dime halt auf seine Gitarre hatte oder auch als Backdrop benutzt wurde, ist schon sehr, sehr schwierig. Beziehungsweise anno 2022 ist es natürlich sehr, sehr komplex, dieses Thema. Aber naja, so viel dazu. Man muss der Band zugutehalten. In den 90ern war es die Metal-Band überhaupt, meiner Meinung nach, weil Metallica sich so ein bisschen umorientiert hatten. Und ja, Pantera kam dann halt und haben dann echt eine ganze Generation beeinflusst. Diese ganze New Metal-Crossover-Groove-Richtung. Und zum anderen natürlich der ganze Style, die ganze Optik. Also wenn man sich bedenkt, dass selbst ein Rob Halford von Judas Priest dann plötzlich Cargo-Shorts und abgeschnattene Ärmel, T-Shirt-Ärmel da posiert auf Bandfotos. Also Hut ab, das schafft nicht jede Band. Und ja, das Ganze live zu erleben, puh, das ist auch die Sache. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir das antue, aus dem einfachen Grund. Ich sag mal, Phil Elselmo, der sollte ja letztes Jahr auf Tour kommen mit seiner Band als Illegals und auch ein Live-Album spielen von Pantera, das besser gesagt präsentieren. Ja, und da dachte ich mir, die Karte kostet, ich weiß nicht, zwischen 30 und 35 Euro. Kann man natürlich machen als Fan, wenn man daran interessiert ist. Jetzt taucht man natürlich unter dem Banner von Pantera auf. Klar, jetzt ist Rex Brown noch mit an Bord und ein Zeck Wild und Charlie Benante. Aber ich denke mir so, die Tickets, die werden einfach explodieren, nur weil der Name Pantera draufsteht. Da kostet ein Ticket für eine Show, ich denke mal, schon so zwischen 60 und 90 Euro. Also ich würde mich freuen, wenn sich das irgendwo zwischen 50 und 65 irgendwie so einpendelt. Man weiß es nie, aber ich sag mal so, es ist ja auch, ja, jede Menge Leute verdienen ja mit dran. Es ist ja so, dass die Band nun mal halt aus vier Leuten bestand, wo die Hälfte tot ist. Und diese ganze Nachlassverwaltung, da sind Leute, die wollen natürlich mitverdienen. Natürlich hat die Band gesagt, ja, wir haben den Segen von dem Umfeld von Winnie und vom Dime. Aber die sagen natürlich auch, ja, was springt denn für uns dabei raus? Also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie irgendwelche Leute noch die Hände hinterher aufhalten. Plus ein Zeck Wild und ein Charlie. Ja, ich glaube nicht, dass die sich für 200, 300 Euro abspeisen lassen. Also die wollen auch da eine gute Mark mitverdienen. Und gerade jetzt bei dem Live-Geschäft nach Corona kann ich mir gut vorstellen, dass es ein bisschen höherpreisig angesiedelt wird. Ob das Ganze dann auch dem gerecht wird, Pantera wiederzuspiegeln, schwierig. Das ist auch, wie gesagt, nur meine Meinung. Ich denke schon, dass es Leute gibt, die das echt hart gepumpt haben, die sagen, boah, das ist nochmal so ein geiles Feeling, die in irgendeiner Art und Weise zu erleben, beziehungsweise 50 Prozent davon, das ist etwas Besonderes. Es ist natürlich auch so, das darf man nicht vergessen, dass sich in der Vergangenheit ein Fidel Selmo gemeldet hatte und gesagt hat, so, ja, wenn Winnie nicht dabei ist, dann gibt es keine Pantera-Reunion. Jetzt ist es so, jetzt ist er tot. Was bleibt der Band dann anderes übrig? Und selbst Winnie hat gesagt, es macht keinen Sinn, diese Band fortzuführen, weil halt sein Partner, sein Bruder, seine bessere Hälfte mehr oder weniger tot ist. Und ich denke mir auch, es gab Gründe, warum zu Lebzeiten von Winnie und Dime es nie zu einer Reunion gekommen ist. Jetzt kann man sagen, ja, zwischen der Auflösung und Tod von Dime waren es drei, vier Jahre ungefähr, ja, kann man so stehen lassen, aber es ist ja noch eine Zeit lang danach vergangen, ja, als Winnie verstorben ist. Oder da kam es ja auch nie zu irgendeiner Reunion, ne? Und ich meine, es gab ja auch zwischen Winnie und Phil immer mal wieder so Schwierigkeiten und gerade halt, ja, der Höhepunkt, ne, beim Dime-Back-Dash oder wie diese Veranstaltung hieß, eine Tribut-Show für den verstorbenen Dime, ja, raucht der gute Phil halt dieses White-Power-Ding raus und erzählt ja noch im Nachgang irgendwas mit, es ging um Weißwein und so. Also, das ist echt ein Unding, ne? Und selbst Zach Wald hat sich dazu geäußert und gesagt, es ist offensichtlich halt nicht das Pantera, was ist in den 90er-Jahren, da gibt es auch keine, sage ich mal, nicht zu beschönigen. Es wird natürlich nie das sein, was es mal war. Aber nichtsdestotrotz denke ich so für die Die-Hard-Fans könnte es interessant sein. Ich habe da, wie gesagt, so meine Schwierigkeiten, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wie viele Bands hört ihr da draußen? Oder kennt man, wo einfach nur weniger als die Hälfte der originalen Mitglieder unterwegs ist? Und man denkt sich so, ja, funktioniert auch, ne? Also, bin da, wie gesagt, sehr, sehr zwiegespalten. Ich denke mal, wenn die auf irgendeinem Festival spielen werden, davon gehe ich auch aus, kann man sich das Ganze geben. Man kann immer noch gucken, ne? Besucht man eine Club-Show oder nicht? Das ist natürlich auch die Sache, nur weil man, sage ich mal, so einen Charlie oder einen Zach Wald an Bord hat. Ob das Ganze auch so passt, ist natürlich fragwürdig. Ich kann natürlich verstehen, dass die Band auch sagt, ja, wir wollen Leute aus einem engeren Umfeld dabei haben, auch die eine Verbindung zu Pantera haben, alles schön und gut. Aber die Frage ist halt, ob das auch alles so passt von der Chemie. Und das wird man dann nur live erleben können. Es reizt mich, wie gesagt, sehr, sehr, das ganze Thema auch mal zu erleben. Auch bei dem einen oder anderen Punkt, wenn ich da zwiegespalten bin. Und ja, bin auf eure Meinung unten in den Kommentaren gespannt. Was denkt ihr von Pantera 2.0, Pantera and Friends? Sollte man das Ganze so aufziehen oder wie sollte man das Ganze am besten präsentieren? Lasst es mich wissen. Wir sehen uns sehr, sehr bald schon wieder. Gehabt euch wohl. Bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal.